Komm her Komm her Pferdchen, ne? Komm her, reiten hier über der Zeit, ne? Lange nicht gesehen. Ist ja cooler Ding, wie der fern... ah ne, der dampft sowieso. So, immer mal zu Vulgrim, mal wieder gucken was der uns fühlt hat. Ob der was für uns hat, ich weiß es ja nicht. So, übrigens mal ob jetzt ne Karte irgendwas bringt. Hätte ich jetzt hier aber auch keine Dingens haben. So. Ich muss jetzt mal zu Vulgrim, mal gucken. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Es ist genug von dir, die Hilfe des alten Vulgrim in Anspruch zu nehmen. Was ist denn da, ist mir passiert, Vulgrim? Bist du erkältet? Oder bist du auch älter geworden? Wenn du sagst von alter Vulgrim. Bist du ja wirklich alt geworden, kann er sein, ja? Du bist so weise, wie du mächtig bist. Na offenmal nicht. Offenmal nicht, offenmal bist du immer noch der alte Vulgrim. Aber hast wohl n... hast wohl keine Zeit mehr gehabt um... um... Die benutze ich ja eh nicht. Aufgeladen Angriff mit der kreuzigen 13 feinen Zornseelen. Glaub nicht mal den hier. Pluch. Diese Erweiterung erstärkt die Zorn-Generation. Was, Generation? Mehr hab ich echt nicht gesammelt? So, ich will hier mal hier, bevor ich das mache, hier durch die Klanglöcher rum eier, Ich möchte mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Ob es hier irgendwie... ob ich irgendwas sehe. Ja, renne einfach mal hier durch die ganzen Dungeon durch, weil ich entsprechend abgraben möchte, ob wir irgendetwas drüber sehen haben am letzten Mal. Hab ja jetzt ne Karte eigentlich. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Hab ich ja diese ultimative Alles-Find-Karte. Äh... Alle-Find-Ausrüstung. Dann muss ich mal kurz das Schwert benutzen. Aber... Ich glaub nicht. Nein. Dann renne ich einfach mal jetzt manuell durch, weil ich jetzt den Schatzsucher machen will hier. Einer auch Schatzsucher. Äh... Da geht's mir lang. Oh, da geht's mir hoch. So, mal gucken. Da haben wir ne neue Rüstung. Neue Waffen haben wir auch. Naja, nicht wirklich mehr. So, mal gucken. Ist glaub ich noch ne weitere Strecke. Ja, leider kann ich noch nicht reiten. Meinerweise kann ich noch nicht durchreiten. Hallo? Sind alle tot hier. Alle ausgestorben. Alle ausgeflogen hier. Haben alle Angst vor Krieg. Äh... Kriegsmögliche. Genau. Kriegsmögliche sind wir uns jetzt. Ach ne, doch nicht. Das ist ja... Kann man mal ein bisschen leveln hier. Komm her. Ach du mir noch ne Truhe. Oh man. Komm her. Kann ich nicht. Hä? Was ist jetzt los? Ich kann hier nicht. Ich kann hier nicht. Ich kann hier nicht zuhauen. Oder was? Was soll das? Komm her. Was willst du? Kann da da. Ich kann hier nicht. Ich kann hier nicht. Ich kann hier nicht. Ich kann hier nur durchlaufen. Ich kann hier nicht zuhauen. Deswegen hat mich das irritiert. So. Ja, wieder ein paar Seelen. Das tut gut. Das ist ein bisschen doof hier. Muss ich mir das Pferd schnappen. Und dann mal... Was wollen wir hier? Wo sind sie abgeblieben? Hä? Ach da. Was wollt ihr denn? Kelduran. Ja, ja. So. Wollen wir mal ran. So. Okay. Wo müssen wir jetzt hier lang? Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich renne meinen kompletten Dungeon nochmal ab. Weil ich... Neugierig bin. Weil ich halt wissen will, was wir noch übersehen haben. Einer hat schon übersehen. Eine Truhe. Zum Beispiel. So. Und hier haben wir auch einen übersehen. Guck mal an, was sich hier alles an damit. Hier ist schlimm. Hat auch Profe. Wo muss ich jetzt hier lang? Äh. Richtig sehe ich da hoch. Ja. Da haben wir das Pferd schlapp. Blödes Pferd. Ich weiß gar nicht. Vielleicht sind es auch nur diese Seelentruhen hier. Wenn wir das sehen haben. Weil es war noch die Menge hier. Aber hey. Jede Truhe die weg ist. Haben wir nicht mehr später aufzutun. Äh. Die ist unten. Oder? Die ist oben bei uns. Nein, die ist über uns. Und hier komme ich da hoch. Hm. Hm. Mal gucken. Wie kommen wir da jetzt hoch? Irgendwie da hoch kommen. Äh. Hä? Ja. Ja. Da kommen wir zwar. Hoch. Äh. Runter. Aber nicht hoch. Da muss ich mal gucken. Irgendwie da hoch. Wenn ich das richtig geil hört haben. Muss das irgendeine Art Seelenstein oder so sein. Oder Lebensstein. Gibt das drauf? Wird auch unter mir. Äh. Ja. Die brauchen wir eigentlich nicht. Aber. Für Vollständigkeit. Lauf ich trotzdem mal alles ab hier. Muss halt sein. Tut mir leid. Für alle die das nicht interessiert. Aber hey. Wenn ich so etwas spiele. Ich spiele mich auch so gut wie. Komplett wie möglich haben. Erlebt haben. Brauchen wir nicht. Ich weiß. Aber hier ist ja eh sonst nichts weiter. Wohin kann ich hier zurück? Wenn ich irgendwie zurückkomme. Hahaha. Ja. Wie komme ich jetzt zurück? Gute Frage. Pferd habe ich auch nicht. Lalalala. Da ist ja dann zu die Tür. Er war ja. Diesmal bleibt auch zu. Oh. Irgendwann muss ich ja hier wieder rausgehen. Ja. Da bin ich da gleich nur im Kreis. Wenn ich das weitermache. Aber irgendwie hat man das schon. Ja. Wenn ich da drüber draußen springe. Dann nützt mir das nichts. Dann nützt mir auch nichts. Kommt auch nur hierher. Ja. Kann ich hier wieder zurücklaufen. Reiten. Reiten laufen. Ja das selbe. So. Hier geht's mir jetzt raus. Hier geht's raus. Genau. Hier geht's raus. Da sind wir ja da ey. Haben nichts mehr zu tun. Hier. Diese. Diese. Tummi ist ein Engel. So. Ich komm. Von da oben. Ich will nach unten. Ich will da in die Richtung. Genau. Ja der Reiter kommt und er hat auch ein paar Pferde dabei. Ja da ist ein Pony dabei. Ja. Physik gehört. Ach komm her. Ja. Wir haben gar keine Chance. Der Durst aber auch. Ja. So. Da ist nichts. Da geht's auch glaube ich raus. Ja. Ja. Will ich aber noch nicht. Will ich noch nicht. Ich muss immer alles abgrasen. 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 Ja. Abgrasen will ich. Wie es sich gehört. Für den guten Action Adventure. Für ein gutes Action Adventure. Wir haben ein bisschen abgrasen. Das Ding überhaupt nur noch steht. Wundert mich. Kann nicht mal. Ich kann doch gar nicht abgrasen mehr. Ich bin nicht hier Feuerabend. Na gut. Dann hat sich das erledigt. Komm her. Ja. Kann lieber mal gucken. Bevor wir da irgendwas übersehen. Lalalala. Kleinen Ausritt. Sieh mal wie ich. So. Jetzt können wir hier durch. Ja. Ich muss ja mal komplett bis zum Ende reiten. Dann kann ich mal gucken. Was es so besonderes gibt hier. Ach guck mal. Ein paar Gegner sind hier. Ja. Was wollt ihr. Hä? Jetzt bin ich echt der apokalyptische Reiter hier. Hä? So. Haben wir abgemetzelt. Und noch mehr. Noch mehr Vieh hier. Alles gut und schön. Hoppla. Äh. Na. Na. Der Luftzahler getroffen. Na. Super. Riesig gehört. So. Na ja. Dann ist auch noch mal Seelen gefangen. Einmal mitnehmen hier. Kleine. Kleine Vieh mal oben ist. In unserer Lage. Wo wir ein bisschen Geld brauchen. Wenn wir eigentlich alles kaufen wollen. Wenn wir überhaupt nichts haben. Wenn wir es nicht haben. Dann ist es mir relativ egal. Dann muss ich alle Extras. Aufgelavelt haben. Bin eh zu teuer. Aber eigentlich. Wir sollen hier noch stundenlang hier. Geld farmen und so. Ey. Muss das sein? Das muss ja auch nicht sein. Ne. Also. Die drei Waffen. Auf maximale Aufrüstung. Reicht vollkommen aus. So. Hier ist ja noch irgendeine Klinge. Ne. So. Da ist. Ah. Warte mal. Und zwar hier nix. Ne. Da oben. Am an. Am Anfang. Quasi. Ja. Ich will noch mal. Da unten. Das Untergeschoss. Wollen wir mal gucken. Ach. Was wollen die denn. Gucken mal. Da haben wir auch ein paar Reiter. Komm her. Wollen wir mal. Gleich machen wir wieder hier. Mittelalter. Wie sie gehört. Mittelalter. Hä? Was ist das denn? was ist das denn? Was ist das denn? Und das ist das? Hey. wird man. Hä? Was wolltest du. Sag mal. Ach komm schon. Ich mach grad voll den Mist, ich weiß. So, ich wollt auch noch gar nicht dahin. Ich wollt erst dahin. Komm, ich wollt erst nochmal hier runter und mal gucken, ob da noch was war. Aber das befürchte man nicht. So, jetzt sind wir hier. Das wird gar nicht angezeigt, ne? Komm her. Dann muss ich mal kurz zum Ende schwimmen, damit wir nochmal da einen Überblick haben. Falls da noch irgendwas sein sollte, wir auch noch da abgasen. Aber nee, ich bin ja schon da, ich bin ja schon da. Hier war aber nix mehr, ne? Los, hier waren wir schon. Dann wieder zurück. Und das Pferdchen wieder nutzen hier, um mal weiterzukommen. Los geht's. Ach, komm her. Ja. So. Bisschen mal zum Anfang vom Ascendant. Richtig sehr. So. Wo sind die Reiter abgeblieben? Dann sind Reiter hinweg. Na ja, egal. Wollt uns ja nicht kümmern. Äh, hier geht's dann raus. Äh. Äh. Da oben ist n'n Dingens. Äh. Ach, hab die gar nicht angehabt die ganze Zeit. Aber ich muss mal gucken. Wie man da hinkommt. Ich blick dir ja nicht so ganz durch, was jetzt für welche Sicht ist. Irgendeine Bombe, die uns nicht weiß. Hä? Ich hab immer noch keine Bombe hier gefunden. Wie krieg ich jetzt diese Bombe gelöst? Hab hier nirgends wo so'n Teil gefunden. Hab hier nirgends wo ... Hab hier nirgends wo ne Bombe gefunden. Wo ist die? Wie komm ich jetzt an diese Dinge dran? Hä? ja da ist so ein ein teil aber ich komme nicht dran was mache ich jetzt wie krieg ich das ding dann gelöst wie krieg ich dieses teil weg mit der bombe ja wo ist die dafür die gesipperne bombe ja ich schon mal hier fest vor ein paar millionen folgen aber ich bin gerade hier nicht ich finde hier gerade keine bombe da hänge ich irgendwo in der decke ich gebe gerade zu dass ich gerade nicht weiß wie ich dieses teil wegkriegen soll ich habe keine ahnung wo hier die bombe dafür ist zwar fackeln hier aber ich habe nirgendwo eine bombe dafür gefunden wo muss ich ich muss die kann man die nicht von dahinten irgendwo her schleppen weil dahinten waren ja solche teile aber das kann ich von dahin her schleppen oder warum muss ich das ein bisschen extrem oder weil ich muss mich einfach von hier unten treffen man geht nicht mal also ich glaube ich habe irgendwie das gefühl dass das nicht so geht gut da oben hin das ist so als nun klar aber wie kommen wir dahin wie kriegen die barriere da weg irgendwann noch hier solche bomben aber wann er hat man das passive bomben ich gebe gerade zu dass ich gerade als ich gerade gerade nicht weiß und auch aktuell nicht weiß wie ich da rankomme wo haben wir hier in den hammer kommen mit dem hammer vielleicht diese teile ist kaputt machen warte mal habe ich da den hammer für heute in nicht so aus was macht das das ist es nicht ich habe ich habe keine ahnung und dann gebe ich zu wie ich da dran reinkomme weil ich nochmal später irgendwie ja was wohl eben eine bombe für mich ich weiß ja nicht weil keine ahnung ehrlich gesagt da habe ich irgendwie keine ahnung ach ja ich wollte aber so einfach was anderes machen wo ich wollte ich eh erstmal was anderes anu da ist noch eine truhe da kann ja niemand kurz holen so eine truhe ist da wo kommen die denn her ha gut das ist ist das ist aber mm so better so Vielen Dank.